Regensburg in Bayern. Die mittelalterliche Stadtmitte ist ein geschichtsträchtiger Ort. Betritt man eine der zahlreichen wunderschönen Kirchen, sticht einem sofort eine weitere jahrelange Tradition ins Auge. Der Buchdruck. Die Firma Pustet ist im süddeutschen Raum eine der größten Buchdruckereien und Buchbindereien. Wir produzieren pro Jahr ca. 10 Millionen Bücher. Wir haben darüber hinaus auch eine Buchhandelskette Bücher Pustet hier in Bayern und sind in Regensburg mit unserem Verlag Pustet angesiedelt. Unser Unternehmen gibt es seit fast 200 Jahren. Wir kommen ursprünglich aus dem liturgischen Bereich. Heutzutage haben wir unser Spektrum erweitert. Wir haben zusätzlich wissenschaftliche Fachreihen. Wir publizieren Bücher aus dem Geschichtebereich, Ländergeschichten, Stadtgeschichten, Biografien und auch archäologische Titel. Bei der Druckluftversorgung setzt Pustet auf einen Anbieter mit ähnlich reicher Tradition Atlas Copco. Eine weitere Tradition bei Pustet-Druck ist der Einsatz unserer Atlas Copco-Kompressoren. Als neuestes Mitglied innerhalb dieser Familie ist die neue GA 37 VST Plus hinzugekommen. Die Maschine vereint sowohl ein revolutionäres Design auf der einen Seite, als auch jahrzehntelange Erfahrung auf der anderen Seite. Für eine Buchdruckerei ist Qualitätsdruckluft ein Muss. Der Einsatz von Druckluftkompressoren ist wesentlich in unserem Unternehmen. Viele unserer Druckmaschinen und Buchbindereimaschinen brauchen diese Aggregate und wir könnten uns nicht erlauben, auf diese Kompressoren zu verzichten. Pustet setzt auf Atlas Copco. Das kommt nicht von ungefähr. Qualität ist wesentlich für uns. Wir möchten optisch und haptisch einwandfreie Produkte liefern. Wir können Bücher hier veredeln. Wir können Bücher mit Goldschnitt veredeln, mit Prägungen, mit Verzierungen. Und so wie wir erstklassige Produkte liefern möchten, möchten wir auch erstklassige Qualität im Hause einsetzen, zum Beispiel Kompressoren von Atlas Copco. Die Qualitätsdruckluftlösungen von Atlas Copco halten Pustet frei von jeglichen Sorgen und sie helfen beim Sparen. Pustet Druck loves Paper. Papier hat bei Pustet Druck einen hohen Stellenwert. Papierkram eher nicht, besonders wenn es sich um Rechnungen handelt. Der Kompressor GA-VSD Plus von Atlas Copco senkt die Kosten erheblich. Kompressoren mit fester Drehzahl können nur ein- und ausgeschaltet werden. Im Betrieb erzeugen sie immer dieselbe Menge Druckluft, oft mehr als nötig. Der VSD Plus hingegen passt seine Liefermenge an den Bedarf an. Kein Druckluftüberschuss, keine Energieverschwendung. Durchschnittlich ist mit 50% Einsparungen zu rechnen. Auch die gesamten Nebenzykluskosten des Geräts sind dank robuster Bauweise und zuverlässigem Motor erstaunlich gering. Solche Kosteneinsparungen sind Musik in den Ohren von Pustet. Kostenkontrolle, Kosteneffizienz ist ganz wichtig für uns. Wir sind froh darüber, dass wir die Atlas Copco VSD Plus Kompressoren bei uns im Einsatz haben. Wir können hier Energieeinsparungen realisieren, ohne dass an der Qualität Einbußen zu erkennen wären. Noch ein Grund für Pustet mit Atlas Copco zusammenzuarbeiten. Die angebotenen Komplettlösungen. Wir sind ein Lieferant für alle Druckluftbedürfnisse innerhalb Pustets. Unsere RS6-Steuerung übernimmt hierbei die Kontrolle der Kompressoren. Und abgerundet wird das Ganze über unser Airnet-Druckluftleitungssystem. Gemeinsam schreiben Pustet, Druck und Atlas Copco schon am nächsten Kapitel ihrer langen Erfolgsgeschichte. Atlas Copco bietet nicht einfach bloße Theorie-Expertise an. Wir testen unsere Geräte rigoros unter echten Einsatzbedingungen in der Praxis. Der neue VSD Plus wurde umfassend getestet. Deswegen legen wir für seine Zuverlässigkeit die Hand ins Feuer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017